Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed! Wir sind hier bei einem sehr sehr enttäuschten Kunden, der mein Waffengewalt einletzen zu messen. Leider sind wir in der Unterzahl aber stärker als die meisten Männer in der Welt. Und jetzt, wie gefallen mir meine Produkte jetzt? Besser, besser, sonst will ich gehen. Also, ich will das, ich habe, ich weiß nicht wie ich es sagen soll, also diese Folge wird ziemlich, ziemlich, ziemlich actionreicher als die letzte. Nachdem ich tausendmal geflohen bin und nicht gekämpft habe, dachte ich mir etwas Action gehört da mit rein. Ist ja ein Action-Adventure, Assassin's Creed ist ja ein Action-Adventure, da gehört Action auch dazu, hier ist die Action-Leute. Ich bin ein Action-Adventure, ich bin ein Action-Adventure. So Leute, wahaha! Gegen Alter, ihr kommt sich hier nicht an! Ich bin nämlich ein Asaline! Ich bin ein Asaline! Ich bin ein Doma mit meinem Tag, ihr Aussehen. Kommt her! Der nächste, wer dann glaube ich? Der nächste, wer dann? Der nächste, wer dann? Warum denn? Ich bin bereit! Ha ha ha! Ey! Das ist nicht fair! Du bist dran! Sag dich doch, du bist bereit! Der nächste, wer dann? Ich nehm! Ich riege Französisch! Ich kann kein Französisch! Ich werd doch mal Sozial leuchten! Werde der es nie gehen! Nicht schaffen! So, ich bin jetzt im Akon drin! War zwar ein harter Weg, aber... Um Bünd? Boah, du bist nicht fest. Am ehemittelgebiet wie die Kanäkel! So. Aber ehers. Er sterbt schneller. Ich habe das nicht in die Schacht. Ich habe das nicht in die Schacht. Ich habe das nicht in die Schacht. Der letzte auf meiner Liste? Einmal ja! Jetzt geht euch an, was ich gemacht habe. Ich kann echt viel Löcher. Ich kann echt viel Loot-Meister tun. Das war eine harte Sache. Jetzt bete ich noch etwas in die und renne hier weg. Ey! Jetzt geht es erstmal zu einem Turm. Ein paar Münzen bitte. Es sind immer nur ein paar Münzen. Was ist der Tor? Äh... Genau. Hier. So. Ich hab hier was zu suchen. Ich hab hier was zu suchen. Und sprung! Hup! Meine Familie ist immer schwer. Jetzt rennen wir mal etwas herum. Zum nächsten Turm. Denn bevor ich zum Asalinderuch natsche, möchte ich erstmal drei Missionen kriegen. Bin ich dran? Ah ja, ist doch da. Bin ich schon? Ah, Leute, ihr nervt mich. Ich bin wohl auf dem Turm. Hey, geht doch. So, klar Pektor, jetzt verschaue ich nochmal das Gebiet von Akon, diese prächtige Stadt, die vor kurzem erst von ein paar Kreuzfahrern angegriffen wurde, wenn ich anmerke. Ja ja, Akon wurde erhobert. Jetzt erstmal abwacht und wie viele Missionen habe ich jetzt? Ich bin die Kante über die Decke. Hier ist doch Pektor mir, dann hoffe ich, habe ich alle drei Missionen zusammen, die ich gleich lösen möchte. Hier ist wirklich so ein Nachschlacht, wie soll ich das nennen? Ein Gefühl nach der Schlacht ist hier wirklich los. Das ist traurig. So, wir haben... Oh ja, total. Der Macht vom König sich das Wehrscham widerstehen! Er wurde von Gott entsandt! Es ist nur eine Frage der Zeit, Freunde, bis das ganze Land wieder das Unsere ist! Oh nein! Jetzt zu müssen wir ruhig erstmal da rein und rede mit dem Raffi-Klein. Habt ihr das gesehen? Es gehört hier immer wieder dazu, vorher mit dem Raffi-Klein, bevor man überhaupt welche Missionen startet. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Ghani von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Er kundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Joschafat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Ja, so viel noch müssen wir diese Missionen erledigen. Ich gucke nochmal auf den Tun da, ob ich noch die dritte Mission finde, die ich erfüllen kann. Spring. Spring, Alter, ihr. Ich befehle es dir. Spring. 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 Ich scher mich da nicht fort. Ich scher mich hin. Und der hat die bei Gendas nicht mal, dass die auf dem Dach sind. Ich glaube, der ist sogar falsch... Hm. Falsch gespawnt. So, jetzt springen wir wieder mal. In den zufälligen Karin, der da unten steht. Ich bin sicher, dass ich ihn habe. think ich auf jeden Punkt hin. Middle worse. Und ich glaube schon gar nicht. zuhören sie und die leichteste von allen waldsberg waldsberg blöd waldsberg dort war ab Und hier? Ja, ja. Ja, ja. Ahhhh. Kannst du nicht? Hm, ist da allein. Hm, ich steckere es noch einmal in Kullis. Was hast du da? Blunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig. Das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lasse mich nicht von dir bestehen. Bist du gelassen? Viel Vergnügen damit. Die ungebildeten zwei Leute hier. Nein, nein, passt du nicht. Ich wollte dir noch eine Hinternsache. Gar nichts mehr. Gar nichts anderes wollte ich tun mit dir. Jetzt schickst du mir die Waffen auf den Halt. Dankeschön, Komplekt. Komm her. So. Ich bin noch nicht. Ah, komm, komm. Hm, dann wieder ein Deck. Wer wird hier denn kommen? Ach, eigentlich habe ich das nicht vorgestellt. Zerquetschen, du Fliege! Wie sieht der Kumpel hier? Komm her! Lass ich doch nicht fliegen nach dir, du! Du seht, die Folge ist doch schon extra halblich. Ein Kumpel, 4 Sekunden. Ich glaube, ein Kumpel wäre wieder angezeigt. Und dann werden wir alle Feinde vernichtet haben, die uns schlagen. Ciao! Ciao! Und... Ciao! Auf Wiedersehen! Das wird Daniel. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!